An diesem Freitag, den 25.11.2016, begann um 10 Uhr der 633. Potsdam-Wenzelsmarkt. Das Kulturprogramm startet am Abend mit dem mittelalterlichen Markttreiben vom Buddhistiener Markgesinne, dem Empfang von König Wenzel und dem Anzünden der Lichter des Weihnachtsbaumes. Wir haben keine Zeit mehr Ansage. Wir gehen jetzt zum Bürgermeister und wir werden uns bequeren. Was habe ich jetzt gehört? Ihr habt euch doch verrechnet! Am Sonntag wird der Weihnachtsmarkt traditionell mit dem Stollenanschnitt vom Oberbürgermeister Alexander Ahrens eröffnet. So befehlen wir! Wer möchte, kann sich noch bis zum 18.12. vom Bautzener weihnachtlichen Flair anstecken lassen. Musik 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 Musik